Oh, shit. Bin ich gleich bei Ian Chambers. Da ist ja Balkon. Sitzt der da drinnen? Terrace. Hill. Sorry. Oh, safe. Nice. Außen. I'm rich. Andale. Uh, okay. Das war gruselig. Let's go. Hier ist nur ein safe room, also okay. Let's go. Was der? Ethan ist unsichtbar. Sie guckt mich an durch den Spiegel. Mother Miranda. I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Because he is in my castle and is already proven too much for my daughters to handle. When I find him. No, Mother Miranda. Yes, of course. I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. To hell with the ceremony. That man will pay for what he's done. Yes, please. Hey, aber hey. Sie hat mich doch angeguckt, oder? Sie hat mich doch durch den Spiegel angeguckt. Höhe der Winterluft. Da bin ich mal lang gegangen. Da vorne war der Duke. Da. Und hier bin ich rausgekommen. Nice. Ich hab's schon durch... Ich bin dumm. Ich hab's schon durchs Fenster gesehen hier. Hier komisches. Aber das ist cool, dass hier ihr Outfit nochmal hängt. Oder ein Outfit. Ich weiß nicht, ob das gleiche ist. Oh. Wo bist du? We were all called by Mother Miranda to decide the fate of the child's father. Just thinking of that family meeting makes me shudder. To think I am treated like a sister to those miscreants. Especially Heisenberg. That riffraff wouldn't know proper manners if they slapped him in the face. I would have sliced him into ribbons if Mother hadn't stopped me. Why? Why does she treat me like the same as them? She gave me this castle. Obedient daughters. Everlasting life. Did you not? Am I not her favorite? Am I not special? I need a drink. Ach ja. Die arme Lady Dimitrescu. Okay, also hier krieg ich ihren Schlüssel. Wahrscheinlich von ihr, wenn ich sie töte. Und wie ist lockt von der anderen Seite? Oh. Neh mal den, würde ich sagen. Neh mal den, würde ich sagen. Oh oh. Oh shit. All this for a child who isn't even here. What the hell do you fuck? You ungrateful, selfish wretch. You come into my house. You lay your filthy manhands on my daughters. And now you even try to steal my roberty. Oh damn. Rest while you can. Because I will hunt you and I will break you. Okay. Geh' ahead. Do your worst. Das ist ein. Ich habe schon ein bisschen Schiss vor ihr jetzt. Das sah schon nicht so nett aus mehr. Ich bin drei Stockberge tief. Okay, kommen wir drunter. Wenn ich so kurz auf die Katakurke gucke, gucke ich meistens, ob hier noch ein Item liegt. Ich dachte eigentlich, dass sie so wie der Mr. X ist, aus dem zweiten Teil zum Beispiel. Dass sie eben nicht tötbar ist. Also ich versuche sie auch gar nicht zu töten, glaube ich. Außer ich habe halt wirklich dann den Bossfight vor mir. Also ich habe irgendwie so einen Raum, wo ich gegen sie kämpfen muss. Aber ich glaube, so kann man die nicht töten. Falls sie mich jetzt verfolgt, weiß ich nicht. Aber ich schätze schon. Hier kann man auch ziemlich gut... Ähm... Wie viel Money ich habe. Ich muss mal wieder zum Duke. Alter, mein Herz. Ist das widerlich. Jetzt bist du eigentlich für eine Bitch. Oh mein Lord. Und jetzt? Ich bin ein bisschen angespannt gerade. Moment, 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 Moment. Oh. Komm her. Ja, warte. What is your problem? Oh, guckst du dir an. Okay. Ethan hat es ein bisschen mit Händen, wa? Wir kommen doch mal jetzt irgendwie von oben oder so. Okay. 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 Jetzt kann es ja wieder dranstecken, wahrscheinlich. Ja, nee. Ist nicht dein Ernst. Was? Hallo? What? Gut. Ja. Man, screw this castle. Was höre ich? Das wieder oben. Okay, Moment. Nee, da kommt gerade eins. Okay, Moment mal ganz kurz. Wir hatten uns gerade die Hand abgeschlagen. Die Hand hing an dem Dings. War wie... Und was ist das für eine Flüssigkeit? Er hat die Hand einfach wieder zusammenwachsen lassen oder den Arm? Und sie kann also einfach jetzt wieder bewegen, ganz normal. Und ich kann es einfach wieder normal schießen. What is happening? Oh, Alter. What? 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 Oh, Alter. Oh, Alter. Ich will jetzt gar nicht... kommentieren. Er nimmt. Oprah Hall. Mein Exley, warte mal ganz kurz. Im Quartier liegt noch was. Und da kann ich einmal die Viechter machen. Wie, er ist tot. Ups. Er hat nichts getroppt, deswegen. Ich meine. Und da kann ich gar nicht gut. Ich meine. Ich meine, ich kann nicht gut muni, muni. Wenn ich spawnen, die unendlich jetzt wäre. Ah, shit. Oh. Ich meine, soll das hier zum Farmen sein? Das würde ich einfach jetzt unendlich hier. Wer ist noch einer spawn, gehe ich mal, gehe ich. Okay. Jetzt haben sie sich anscheinend beruhigt. Interessant. Ich muss kurz was trinken gleich, warte mal. Ich muss auch noch irgendwo was liegen. Ich habe noch drei Schotty-Schüssel. Ich sollte mal was craften. So. Okay. Also ich habe übelst viel Geld, glaube ich. 10.800. Ich gehe jetzt nicht, kann nicht in die Opera Hall. Ich muss hochgehen. Okay, da unten war jetzt nichts mehr drin. Hier war nichts. Vandale. Ach, hier habe ich es hochgehen sehen. Ja, bitte? Nee, doch nicht. Hier war ich noch nicht. Das ist schon creepy. Hier kann... Ich habe das Gefühl, hier kann was rauskommen. Eins kann immer... Ich habe jetzt hier. wo seid ihr bin ich blind okay ich glaube die man da hinten geräusche okay das könnte boss sein jetzt ja das haben wir hier 1 day since treatment okay 1 day since treatment the three girls have stopped moving they seem almost dead an insect flew out of their eldest's mouth it appears to be a common fly two days two days since treatment all three bodies are covered in flies it appears the flies are consuming their flesh when i opened a window some of the flies dropped dead on the floor it would seem the cold petrified them i quickly closed the window to avoid weakening the insects further or dense days since treatment all three bodies have almost been completely consumed by the insects all that is left is a dark writhing writhing human shaped mass of creatures it is just afternoon and the insects have started to change color those around the face turned pale and doors those around the lips turned deep crimson six days since treatment the mass of insects have transformed into human bodies again all three goals awoke looking at me like newborns sends a bond between us like mother and daughters i have already decided the names bella 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 reti daniela and cassandra okay very interesting that he was the one man normal he was one of these sisters okay and they are also anfällig zu da hinten okay da und hier so nicht warum hier so rum steht aber okay okay ja du bist hier ausgehalten in meinem Geschmäckler ich weiß ja nicht ob ich ihn erstmal kriegen sollte okay jetzt ein lockpick benötigt erstmal dahinter hallo blauer swords ball oh das ist hier für so ein okay ich weiß wohin damit ich schätze mal das war optimale optimal ganz spontan ich habe jetzt noch zehn schüsse und hier habe ich noch sieben würde mir gerne mal ein bisschen handgun ammo craften ich habe übelst viel gunpowder aber mir fehlt Scrap aber was ist denn das hier wahrscheinlich kann ich der Minen mitmachen verdammt ich habe das Crasby aber nicht ich hoffe dass ich jetzt nochmal den Duke finde das wäre ganz cool zum Abschluss nicht zum Abschluss sondern zur Aufwechslung wo ein klavier weil wir spielen ja könnte ich jetzt klavier spielen aber ist ja nicht warte mal ist ja nicht ist das nicht immer C ist das nicht immer C G, E, R, G, A, H G, E, R, 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 G, E, R Oh, Iron Insignia Key. Oh, mehr zu den Dings. Scientific Name, None. Size 5-6 cm. Das ist ja easy. Das ist ja... Big, similar body structure to blowflies, or centimeters. Although there are differences in the head, they are carnivorous and vigorously consume meat. In order to catch unsuspecting prey, they gather using pheromones to mimic a human. They are produced when a Cadou lays eggs in its host, but the flies themselves are unable to reproduce. They are weak to sudden drops in temperature. Especially if the temperature drops below 10... 10... 10... Degree. Danke. Celsius. Their metabolism lowers and they go into a dormant cryptobiotic state. Similar to the cryptobiosis of Tardigrade or Polypedalum Vanderplanky. Meine Rede. Erkennen sie nicht, Wanderplanky. Ja, okay. Interessant. Da ist ein Feuer. Grab. Ha, easy. Hook. Hook. So. Wir haben ja immer noch nicht alles geloadet. Hier geht's weiter. Wahrscheinlich mit dem Key. Aber wie gesagt, hier gibt's noch... Also, es kann natürlich auch sein, dass das oben dann das Lockpick ist. Also, dass... zu picken der Lockpick ist. Und das sein kann ich auch. Ah. Oh, das war das. Das war das. Hey. Hey. Ich muss nichts auswählen. Okay. Ungewohnt. Hier. Bin ich jetzt? Okay. Warum war ich jetzt hier? Oh. Oh, ja, 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 ja. Ich muss nichts. Will sie mal sehen. Wie sie durch die Tür kommt. Kommt sie nicht? Sehe ich nach mir. Nee, okay. Ja, sie kommt gar nicht, oder was? Mistress. Hey, sie ist wirklich wie Mr. X, oder? Okay. Aber warum... Wo muss sie hin? Normalerweise war Mr. X immer relativ... gut zu hören und zu... outplayen. Aber wenn sie sich porten, ist es natürlich ein bisschen ekliger, ne? Warte mal, hier ist auch noch irgendwas. Hier sehe ich gar nichts. Irgendwas auf den Tisch. Irgendwas ist hier noch zu lügen. Hier ist rot drinnen. Hier habe ich aber auch keine Haschendammel oder sowas. Also schon, aber die kann ich anscheinend nicht... Oder? Nee. F ist ja interagieren. Vielleicht bin ich auch einfach blind. Vielleicht bin ich auch einfach blind. und